Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt euch natürlich wie immer euer Hobbykoch und heute machen wir mal Wildschwein im Backofen. Natürlich kein ganzes Wildschwein, das ist klar, aber so ein Wildschwein-Brollbraten habe ich mir so gedacht. Was wir dazu benötigen, wie das funktioniert, zeige ich euch nach dem Mentor natürlich wie immer da. Haut da oben auf die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und jetzt geht's schon los. Wir benötigen natürlich unsere Wildsau bzw. was davon übrig ist, das sind jetzt 1,5 Kilo Wildschwein-Rollbraten und dann habe ich da noch einen lieblichen Rotwein, dann benötigen wir noch ein paar Knoblauchzehen und damit das Ganze so ein bisschen Würze bekommt, habe ich mir hier so eine Gewürzmischung zusammengestellt. Da ist so ein bisschen Oregano drin, Basilikum, Majoran, Thymian, Salbei und Rosmarin. Und dann brauche ich noch eine Zwiebel und dann kann es schon losgehen. Ich gebe schon mal meine Knoblauchzehen hier hinzu, dann folgen auch schon meine Gewürze. Und der Wein, der geht jetzt auch noch hier mit hinzu und das wird jetzt erstmal richtig schön durchgerührt. Das wird dann quasi unsere Marinade, ja ganz genau. Ich möchte das Wildschwein nochmal so ein bisschen einlegen, dass das so ein bisschen die Gewürze aufnimmt und so ein bisschen einen Tick von dem Rotwein gewinnt. Und das lasse ich dann eben erstmal ein paar Stunden im Kühlschrank stehen und dann geht das Ganze in den Bratschlauch. Da liegt der jetzt, der Bursche. Und der wird jetzt erstmal richtig schön begossen hier, richtig schön besudelt mit dem ganzen Zeug. Und jetzt werde ich das hier nochmal mit unserem Pinsel alles so ein bisschen verteilen, dass auch die Gewürze überall so ein bisschen hinkommen und auch natürlich der Wein. Und den Wein werde ich nicht wegschmeißen, das ist ganz klar. Der wandert dann mit in meinen Bratschlauch mit rein und dann wird das so richtig schön verkochen, denke ich. Ja, ich pinsel das Ding jetzt mal hier so richtig ein, drehe das mal um und dann wird es zugedeckt und geht erstmal für drei, vier Stunden in den Kühlschrank. In meinem Topf sind natürlich auch noch ein paar so Kräuter und Gewürze drin. Die hole ich dann noch raus und die verteile ich jetzt hier. Wenn man sehen kann, habe ich das Ding schon umgedreht. Und das lasse ich jetzt einfach mal ein paar Stunden ziehen. Ja, unser Wildschweinrollbraten, der erholt sich jetzt. Der hat jetzt gerade ein Weinbad genommen für ein paar Stunden. Den soll ich dann wieder aufwecken, hat er mir gesagt. Okay, werde ich auch tun. Was ich euch noch sagen wollte, vielen Dank an euch alle für die tolle Community, die sich jetzt hier mittlerweile auch gebildet hat. Ich möchte da nur mal kühnes Kochkanal erwähnen oder zum Beispiel, ja, DJ Refresh, ist ganz klar. Aber auch die vielen anderen, die da immer wieder ihre Kommentare schreiben, mir irgendwie Tipps und Hinweise geben oder sich einfach mit einem Daumen nach oben bei mir bedanken für ein Video. Und das gefällt mir, also das finde ich sehr toll. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, wir haben bald die 500 Abonnenten erreicht. Ist natürlich für mich auch ein ganz großer Schritt. Bin ich doch einfach stolz drauf. Ich denke mal, ich gebe mir auch Mühe bei diesen Videos hier und versuche das gut rüber zu bringen. Ich denke, dass mir das auch oft oder meistens gelingt. Wenn jemand was zu sagen hat, ja, dann schreibt mir das einfach mal hier unten in die Kommentarboxen rein. Und in diesem Sinne lasse ich jetzt mal das Wildschwein noch ein paar Stunden da liegen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Wildsau sich den Mantel anzieht, dann geht nämlich das ganze Ding in den Bratschlauch. Also, wir sehen uns dann. Holla, die Wildsau! Ja, da ist sie. Und jetzt werde ich das Ding mal in meinen Bratschlauch geben. Ich habe das jetzt mal, ja, für drei, vier Stunden so marinieren lassen. Und es geht jetzt in den Bratschlauch, wie gesagt. Da habe ich jetzt meinen Bratschlauch, das kann man sehen. Hier sind jetzt die Enten und das Fleischstück ist ja so groß und dass ich das dann hier quasi so zusammenbinden kann. Das soll bloß mal eine Hilfe für euch sein, dass man das so ungefähr abschätzen kann, wie das ausschauen soll. Es kommt ja auch noch die Flüssigkeit dann damit rein. Und jetzt wandert mein Wildschwein da rein. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob ich das Ding da hier rein bekomme. Jawohl, klappt einmal frei. Und ich gebe jetzt hier einfach bloß noch den Rotwein hinzu. Jetzt geben wir hier einfach bloß noch den Rotwein rein. Nicht, dass da jemand denkt, das Vieh hat nachgeblutet. Nein, das ist es nicht. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Wacholderbeeren, die gehen da jetzt noch mit rein und meine Zwiebel kommt noch hinzu. Die Zwiebel habe ich jetzt mal geschält und halbiert und das wandert jetzt hier rein und dann machen wir das Ding zu. Und das wandert jetzt in den Backofen. Bei ca. 180 Grad Umluft lasse ich das Ding jetzt mal so, ja, ich denke mal anderthalb, zwei Stunden da drin und dann sehen wir uns wieder. So, ja, da ist die Bombe. Die Wildsau. Ich gebe dir jetzt, glaube ich, nochmal so 30 Minuten und dann wird er angeschnitten. Bevor wir unsere Wildsau anschneiden, mache ich mir jetzt hier noch ein paar Spätzle dazu. Da gebe ich einfach ein bisschen Butter und einen kleinen Schluck Öl hier in meine Pfanne rein, dass das hier jetzt ein bisschen heiß werden. Und ich brauche ja auch eine Beilage zu meiner Wildsau und da denke ich, dass das ganz passend ist. Und jetzt wandern schon unsere Spätzle hier rein. Die werde ich dann immer wieder mal so ein bisschen umrühren und ich gebe dann aber extra einen kleinen Schluck Wasser noch mit hinzu, dass das so ein bisschen aufköchelt quasi. Also die sollen so ein bisschen anbraten, das schon. Aber ich mag das, wenn das dann doch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger aufgekocht ist. Und ein Schluck Wasser. Zwei Stunden sind jetzt rum und jetzt holen wir das Ding mal hier raus. Bin ja gespannt. Und jetzt wird angeschnitten, die Sau hier. So, der Moment der Wahrheit. Jetzt schauen wir mal, ob das was geworden ist. Und jetzt holen wir das Ding mal hier raus. Also ich kann euch sagen, ich kann euch sagen, wow. Ich lasse das bloß mal ein bisschen abtropfen hier. Und dann muss man das Netz noch entfernen. Da ist die Bombe. Ja, der schaut ja gut aus. Jetzt werden wir mal das Netz da entfernen. Ich kann euch sagen, das ist verdammt heiß. Ich schneide das jetzt hier einfach mal so auf. Ich schneide mir jetzt hier einfach mal hier so ein Stück runter. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Und das werde ich jetzt gleich mal auf dem Teller hier servieren. Schaut euch das mal an. Da ist das Wildschwein. So schaut das Ding jetzt aus. Natürlich ein paar Spätzle dazu. Und ein paar Salatkräuter habe ich da noch drüber gestreut. Und natürlich Preiselbeeren, wie sich das zu Wild gehört. Und ich denke mal, das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Da ist die Sau aus dem Backofen. Das Wildschwein, der Wildschwein-Rollbraten aus dem Backofen. Da steht er noch. Noch. Ja, wohlgemerkt. Da steht er noch. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Haut auf die Glocke. Abonniert den Kanal. Teilt die Videos. Schreibt das in die Kommentarboxen rein. Und ich werde mir das Ding jetzt hier mundeln lassen. Schaut euch das mal an. Oh Gott, das schaut doch toll aus. Also, bis demnächst in eurer kulinarischen Show. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch. Bis zum nächsten Mal.